Energie. Seit Jahrhunderten der Motor des Fortschritts. Aber hast du dich eigentlich schon mal gefragt, woher der Strom kommen soll, wenn wir plötzlich alle E-Auto fahren? Oder wie wir nachhaltige Energie haben können, wenn doch nachts keine Sonne scheint oder auf einmal kein Wind weht? Mit unserem stetig wachsenden Bedarf stößt die Energiewirtschaft an ihre Grenzen. Aber wir lieben Herausforderungen. Je größer, desto besser. Als regionales Energieunternehmen ist es unser Markenzeichen, Innovationen anzuführen und zukunftsfähige Lösungen für eine nachhaltige Lebensweise zu schaffen. Und das Beste, jetzt haben wir ein Werkzeug an der Hand, das uns ermöglicht, diese Hindernisse zu überwinden. Ein unfassbar leistungsstarkes und zugleich komplexes Werkzeug, das wir vielleicht erst kennenlernen müssen. Richtig, wir sprechen von künstlicher Intelligenz. Stell dir die Chancen vor, die künstliche Intelligenz der Energiewirtschaft zukünftig bietet. Intelligente Stromnetze und vorausschauende Wartungen sind nur der Anfang. Diese Technologien haben das Potenzial, die regionale Energieversorgung grundlegend zu revolutionieren. Aber weißt du was? Die Zukunft ist jetzt. Deshalb stellen wir von den Pfalzwerken die verantwortungsvolle Nutzung von künstlicher Intelligenz ab sofort in den Fokus. Dabei gehen wir auch die Herausforderungen an, die mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz einhergehen. Datenschutz, Ethik, Technologieunabhängigkeit sind die Basis, um sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft. Denn wir haben eine Vision. Die Pfalzwerke – Vorreiter in der KI-gestützten Energiewirtschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.